Was dreht denn die da? Na, auf jeden Fall macht's ja wieder voll. Kann ich denn irgendwann noch leeren sonst? Ne, auswahl. Verbessern? Ne, nicht den Rechner verbessern, Mann. Schreiben. Weiterschreiben? Das Gedicht über Lieblichere als Bäume. Ja, die Fählen müssten wir nur nachher auch mal einmal, ähm, glaube ich, zwischenze... Ja, es ist doch nur die Spülmaschine, Mann. Du magst die Spülmaschine nicht, alles klar. Warum lacht die über Poesie? Doine. Nein! Hört die blöde Musik nochmal aus! Ich muss echt mal gucken, wie ich da eigene Musik reinziehen kann, äh. Dann muss ich echt mal nachlesen, damit du da nicht irgendwie immer mit dem Content dann so... ...wildweit gesperrt, wegen Musik und so weiter, weißt du? Jemanden umarmen Freundschaft schließen Schon die Bitten, Freund zu werden Weil in der Nähe eine romantische Beziehung ist Ja, das ist unsere Beziehung, Mann Fee So Ja, machst du doch gerade So, haben wir auch abgeschlossen Jetzt mach ich mit dem Video wieder aus So, zack Die Sonne ist gelb Der Mond ist gelb Wenn ich auf Chlo gehe Ist mein Pipi genauso gelb Lars ist richtig Ja Ja Seitdem ich muss groß Dann wird es auch mal stinkig Braun Wenn es denn rot ist Da muss ich zum Arzt Dann Ähm Weiß ich nicht Ergert mich der Damen oder so Ich weh es nicht Jetzt hör doch mal auf Ich verkaufe die Musikanlage gleich Ich weh es nicht So, dann hat der Johnny nie Energie Kaffee oder sitzen Kaffee kann Sandmann eine Zeit lang vertrösten Doch Schusseli Ja gut, Bett Für Energie oder ein Stuhl Stuhl auch? Das heißt Ah, dann wird die Energie hier nicht abgezogen Bei Faye gerade zum Beispiel Ja, doch ein bisschen Weil sie noch arbeitet Aber nicht, glaube ich, mehr so doll Alter, jetzt hat er die Musik wieder angemacht Ich werde bescheuert Es darf echt nicht wahr sein Lautstärke ändern Ah, noch niedriger geht nicht Alles klar Ich gucke nochmal Äh Holtstärke ändern Was ist da? Mittel Ne, niedrig Niedrig ist echt gut Vielleicht haben wir dann ein bisschen Glück Äh, dass dieses Video dann nicht sofort Äh Faye Sie ist noch an ihrem Buch am Schreiben Aber dann müsste sie auch fast fertig sein Eigentlich mit, oder? Achso, ne, ist ja nun das nächste Level Bis, äh Die eine neue Fähigkeit Oder die Fähigkeit sich verbessert hat So war das Ich mache jetzt mal nicht auf Stumm und Trink Einfach ganz stumm heimlich Ich halte mal vielleicht ein bisschen die Hand Vom Mikro Das hat nichts gebracht, glaube ich Faye hat Level 6 der Fähigkeit Schreiben erreicht Sehr gut Arbeitsleistung Die beste Möglichkeit, um die Karriereleistung zu verbessern Sind gut gelaunt zur Arbeit zu gehen Tagesaufgaben zu erledigen Gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten Also mal hochbücken, oder wat? Entschuldigung Das war jetzt böse Nein, auf keinen Fall So Faye sollte jetzt aber vielleicht mal ein Nickerchen langsam machen gehen Du kannst von mir aus Pop hören Das ist mir egal Du solltest jetzt aber aufhören Genau Und die Anlage schalten wir einfach aus Damit Faye auch Ah, warte, 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 Faye Soll ich pennen gehen Verwenden Erst Klo Dann Ich hab da doch gerade Abge... Ah Ja Wieso erst spülen Vielleicht gehst du erst pinkeln Und dann spülst du dann Die Faye, die hat dann manchmal noch nicht so Weißt du, noch nicht so Ja Spinnen, spinnen, spinnen Ja, wie, real life Ich träume auch manchmal vor Spinnen Ich bin kein Freund von Spinnen Muss ich nochmal dabei sagen eben, ne Genau Und jetzt gehst du ins Bett Holst dir noch ein bisschen Energie, Faye Spaß hast du ja Ja, Johnny hat fast die Energie voll Minka schläft, das ist gut Eigentlich brauchen wir noch den Raudi Raudi fehlt uns noch Raudi arbeitet nämlich auch noch Mach die Minka denn jetzt da schon wieder So, Johnny steht auf So, ich möchte auch jemanden umarmen Aha So, Faye hat auch Hunger Die sollte auch gleich mal aufstehen vielleicht Rühe, Tierrezept kochen Nee Kochen, Rühe, Ei mit Speck Panda Murta Ah, ne Einzelportion hat reicht So, weil Ne, wir müssen ja gleich auch irgendwann mal zur Arbeit Wir haben Level 2, der Schreibfähigkeit erreicht Hä Ah ne, die braucht man glaube ich Beförderung, Beförderung Achso So, Minka ist auch soweit fröhlich Und froh Wann müssen wir Ach, wir müssen erst um 11 Uhr zur Arbeit Hat die Pferde, der gute So, Johnny, der muss Äh Um 10 Uhr zur Arbeit Also Noch ein bisschen Ach, heute ist Sonntag Heute muss gar keiner zur Arbeit Ja, mei, bin ich dämlich Ähm Romantik Wo kann man denn Anrufs voran Irgendwie liegen, flirten Hündchen, knuddeln 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 geht bestimmt immer Heute muss gar keiner arbeiten Ich möchte gerne mit dir ins Bett, weißt du Und dann dabei Computer spielen Ey, Katze Die frisst Faye Die frisst Faye Bring doch endlich mal den Müll raus Und flieg du doch mal endlich weg Käse, Dings Die Katze ist voll drauf Auf Käse Ich liebe dich Achso Äh Der Kleid braucht Kichel So, ich kann noch mal vom Herzen Kompliment machen Gut Backofen mag die auch nicht Er muss pinkeln Nein Nein, erst lässt du mich pinkeln Faye Das geht sonst nicht So Wir müssen sie endlich mal Geld verdienen Weißt du So Computer, die kosten ja viel Kohle Wie wär's im Moment in der Freundschaft, weißt du Das geht sonst nicht Hier solltest du brennen Quint Ah Fantäenbericht Bücher Pit, der Dachs Hat uns Kohle gebracht Tiger Was Moment Tiger halten kein Schläfchen Drei Semikolons Das Umgekehrte Ballett Und andere Geschichten Zwölf Semikolons Pit, der Dachs Achso Macht Fax 55 5 Meter Obertüren Und einem Alle Berichte automatisch erweitern Achso Cool Faye muss in einer Stunde bei der Arbeit sein Ach doch Stimmt Faye muss ja auch sonntags arbeiten Faye muss ja auch sonntags arbeiten Das heißt Faye Du solltest eben schnell Dein Essen essen So Der Johnny muss heute nicht arbeiten Der könnte Mäu 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 Ähm Um ein Lied bitten Ich möchte mit dieser Katze Trinken Singen Ich möchte mit ihr singen Komm Gib mir doch ein Beat Ja du geile Singkatze So wir müssen die erstmal aber Ein bisschen Unsere Ne Also Faye muss zur Arbeit Tschüss Schatz Viel Spaß Facebook Arbeit So Was macht der Johnny denn Im Internet surfen Handtaschen Ich seh überall nur immer Handtaschen 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 Das geht doch nicht mehr Immer nur Handtaschen Und das Geschreibsel von der Faye Vielleicht soll ich mal ein bisschen chatten da Ja Man weiß es ja nicht Er ist am aufräumen Das finde ich sehr löblich So Er müsste noch ein bisschen Achso Er räumt auf Ähm Programmieren Und Spiel modifizieren Könnten meistens Sims Go modden So dann kennen wir nämlich unsere Hier auf der CD Da brenne ich noch was Kann man vielleicht ein bisschen Kohle noch machen Und unsere So Hier Keine Musik Ach doch nicht Tötchen Ich hätte ja gerne so gerne ein Tötchen Auf der Brille Auf der Brille Wenn sie endlich mal ein Tötchen auf der Brille kleben haben Das ist Das wünscht sich doch jeder Jeder wünscht sich ein Tötchen auf der Brille Und diese Bücher Und diese Bücherstapel Bücher brauche ich Viele Bücher Ja Die Musik Die ist gar nicht mal so schlecht Elektroniker Ich höre doch keine Elektronik Ich höre Metal, Mann Ich höre Metal und Rock Naja, egal Auf CD Genau Auf CD Meistens aber auf MP3 Im Auto Voll Beat und so Voll gut Ähm Wie Wie schreibt er während der Mit dem Naja Hier Die Taste Dann muss das Hier so Ja Wir sind für MySimsGo Am modden MySimsGo Hier Musik Da brenne ich mal mit auf CD Und dann Ja Ich trommel so gerne Ich hätte gerne eine Trommel Eine kleine Buschtrommel Weißt du So geil So geil Hier noch ein Klick Und da noch ein Klick Und dann hier Ja, da vor allen Dingen Da muss ich auch nochmal klicken Und so weiter Oh, Sensationsgeschichte Der Boss von Faye bittet sie Alle stehen und liegen zu lassen Und möchte nach einem potenziellen Sensationsgeschichte Ausschau halten Aber sie hat wirklich viel zu tun Soll sie voll konzentriert Wie man Es von ihr verlangt Oder einen schönen Tag verbringen Und hoffen, dass sie Davon erfährt Voll konzentriert Die Nachrichtenergebnisse Hat stattgefunden Glücklicherweise War Faye bereit Das ist mal in Pause War Faye bereit So schnell wie möglich Eine Geschichte zu schreiben So dass ihre Seite Als erstes davon berichtet Leistungsverbesserung Kleine Okay Es ist auf jeden Fall was Ich bin glücklich Ich kann programmieren Wie ein Biber Fragt mich nicht Was das noch heißen soll Wo sind unsere Katze schon wieder Hä? Was ich Ich seh die nicht Ach da Die macht ein Nickerchen Cool Ach die hat ein Stinkerchen Hat sie vor allen Dingen gemacht Wie unser Hund Ich schwör es Wie unser Hund Wir haben auch einen Hund jetzt Also Jetzt erst später Die Musik Die haut so rein Yeah Okay Faye ist Tiefe Bindung Wegen sozialen Kontakten Der Aufbau Eine Engbeziehung Okay Level 5 Programmierfähigkeiten Johnny kann jetzt Freiberuflich arbeiten Geil Dann machen wir uns Selbstständig Als Programmierer Oder so Forenmoden Und so Ja Irgendwie sowas Okay Ist es noch nicht fertig Egetache Guck mal wie die Katze schläft Was ist das? Sie ist voll am Ratzen Ja schade Von oben her Kann man gar nicht gucken Ne Schade Ja guck mal wie die liegt Johnny Blase füllt sich ein bisschen Erst verwenden Dann spülen Die ganzen Sims Die spülen ja wohl Scheinbar gar nicht Zufriedenheit von Johnny Große glückliche Familie Okay Für Kindersachen will er einiges ausgeben Ich muss erst wieder Montag arbeiten Hat aber die Faye glaube ich frei Ne Faye muss am Montag auch arbeiten Wir können nur eine Tierklinie kaufen Das ist blöd Hier mit Minka haben wir eine gute Beziehung Das ist ein Don Seelenverwandte Junge Erwachsene Schriftstellerin Mit Bei bunten Bücherwelten Gesellig Kreativ Seelenverwandte Zum Sinn Ein Herz Ehegattin Du hast den Bund fürs Leben geschlossen Die Ehe ist für immer Normalerweise Beste Freunde sind wir auch Cool Solange Man will Ist das nicht Faye Geht die mir fremd Wer ist nicht Faye jetzt Falsche Haare dafür Wohl grad sagen Trügt die mich jetzt hier schon Oder wat Das wäre aber Also Nicht zu verzeihen Ne 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 Wir müssen mal ein bisschen Kohle sparen Glaube ich Und dann mal Was für dicke Fische Warum gehen die denn alle bei uns hier angeln Alter was moddet der denn Dass der so So eine Lache hat Was moddet der denn da Lacht er sich über seine eigene Programmierfähigkeit gerade kaputt Oder über seine eigenen Fehler die er da reinhaut Oder wat Ich wese nicht Achso den Tannenbaum den müssten wir mal So Pipette Mit einer Pipette Kannst du einfach Objekte kopieren Ich will den nicht kopieren Ich will den eigentlich nur relativ Verkaufen Wir brauchen jetzt keinen Tannenbaum mehr Ist ja vorbei Okay Da wollte ich jetzt gar nicht hingeklickt haben Danke Ich wollte eigentlich mal geguckt haben So Haben wir denn vielleicht noch bessere Betten oder so Nur für kleine Kinder Energie 4 Stressgenüttel 1 Energie 5 Stressgenüttel 3 Energie 6 So war teuer ne 6 4 6 4 4 6 3 3 6 4 Was ist denn da der Unterschied jetzt Achso Das ist also So auch Antiken Weg Ich will das hier Und dieses Bett mag vielleicht mehr kosten Ist er In der Ruhestätte Einfach groß war das Komfortabler Ah das ist ja geil 877 Höh 10 10 Kann ich mir nie leisten In meinem Leben Naja Ich will nachher mal gucken So Ähm Das freie Spiel Ich wollte jetzt nur mal geguckt haben Hat die Arbeit nicht fertig gemacht? Ist er fertig mit der Arbeit? Erich Erich Ich will weg Ich will nie aufs Klo singen Minka Er singt die Katze aufs Klo Das gibt's doch nicht Wir streicheln dich ja gleich Höh Warum denn abziehen? Ja Du bist eine ganz Liebe Machen wir mal dein Katzenklo sauber Wieder modden Da Alles klar Steht da auch Wieder modden Das ist die Katze Ich will nicht Bull